Er war der König des Koks, Chef des Medellin-Kartells und der reichste Drogendealer der Welt, Pablo Escobar. Jetzt kam es zu einem der spektakulärsten Funde der letzten Jahrzehnte in einem der Häuser des Drogenbarons. Im Apartmentkomplex im kolumbianischen Medellin findet der Neffe Nicolas Escobar unglaubliche 20 Millionen Dollar. Umgerechnet 17 Millionen Euro in einer Plastiktüte, versteckt in der Außenwand. Doch wie kam der Neffe darauf, es überhaupt zu suchen? Er hatte eine Vision. Es sei nicht das erste Mal, dass er Geld an ungewöhnlichen Orten gefunden habe, an denen sein Onkel es vor den Behörden versteckt hatte. Jedes Mal, wenn ich im Esszimmer saß und zum Parkplatz schaute, sah ich einen Mann, der vor der Wand entlang ging und verschwand. Und wenn er selbst dort vorbeigegangen sei, habe er einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen. Der Gestank war hundertmal schlimmer als etwas, das gestorben war. So der Neffe zu einem lokalen TV-Sender. Escobar, der am 2. Dezember 1993 bei einer Schießerei mit der Polizei im Alter von 44 Jahren starb, soll auf seinem Höhepunkt der siebtreichste Mensch der Welt gewesen sein. Seit seinem Tod kursieren Gerüchte über sein verborgenes Vermögen, das auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt wird. Der Boss des berüchtigten Medellin-Kartells schmuggelte in seiner Hochphase in den 80er Jahren mehr als 15 Tonnen Kokain pro Tag. Er kontrollierte 80 Prozent des amerikanischen Drogenmarktes, damaliger Wochenumsatz rund 360 Millionen Euro. Von seinem Geld kaufte er sich Privatjets, Yachten, Rennpferde, einen Privatzoo und viele Häuser. Wir sind BILD und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.